Ich mag mit Menschen arbeiten und ich mag dieses Gefühl, wenn ich weiß, dass jemand kann ich helfen oder einfach da sein vor jemandem. Dieses Gefühl, also ein wunderschönes Gefühl. Tja, in Bosnien, ja, war schön. Also wenn ich denke, meine Familie ist da, meine Freunde sind da. Auf dieser Seite ist es schön, aber auf anderer Seite ist es schwierig. Deswegen habe ich mich entschieden für Deutschland, weil Deutschland einfach mehr bietet. Natürlich es war schwer, also im fremden Land kommen und auf die eigenen Beine zu stehen, aber es lohnt sich schon. Ich hätte keine Zukunft gehabt in meinem Land, deswegen bin ich hier gekommen. Jetzt sehe ich schon bessere Zukunft für mich und für meine Familie auch. Also nach dem Krieg, oder zur Zeit auch ist die Situation unten nicht so gut. Deswegen kommen viele junge Leute hierher und probieren neue Wege aus. Das Zentralklinikum Augsburg bietet sehr viele Gelegenheiten, Anerkennung zu machen. Wir bekommen diese Chance, also diese Möglichkeit, dass wir hier kommen, dann machen wir das Praktikum, dann später können wir den Unterricht haben. Also das Klinikum gibt ein gutes organisiertes System, der auf diesem Weg sehr hilfreich ist. Und ich muss unbedingt erwehren, dass die Leute, die arbeiten in diesem System sehr hilfbereit sind. Damals, wo ich Flüchtling war, durfte ich hier arbeiten, was mir sehr gut getan hat, weil ich habe damit sehr vielen Runden helfen können. Es war nicht so einfach, aber ich hatte super Kolleginnen, die mich wirklich unterstützt haben und mir geholfen haben, das zu sein, was ich eigentlich bin. Und jetzt bin ich diejenige, die die neuen Leute reinbringen, quasi denen hilft es weiter zu machen, was ich damals gemacht habe. Das macht mir sehr viel Spaß und Freude und wir haben momentan auf Station sehr viele, die das gerade ausüben. Und dann, ich habe so viel Unterstützung und Hilfe bekommen von meinen Kollegen hier im Station. Sie ist jeden Tag vor mich da, also auf meine Fragen, meine tausend Fragen zu antworten. Also ich freue mich, dass neue Mitarbeiter kommen, weil wir brauchen gute Kräfte, gut ausgebildete Kräfte. Wir sind froh, dass neue Mitarbeiter sich auch bei uns wohlfühlen und schauen, dass denen auch gut geht und dass die viel leisten können, genauso wie wir.